Die Rente ist sicher. Nun gilt der einfache und klare Satz, dass aller Sozialaufwand immer aus dem Volkseinkommen der laufenden Periode gedeckt werden muss. Es gibt gar keine andere Quelle und hat nie eine andere Quelle gegeben, aus der Sozialaufwand fließen könnte. Es gibt keine Ansammlung von Periode zu Periode, kein Sparen im privatwirtschaftlichen Sinne. Es gibt einfach gar nichts anderes als das laufende Volkseinkommen als Quelle für den Sozialaufwand. Kapitalansammlungsverfahren und Umlageverfahren sind also der Sache nach gar nicht wesentlich verschieden. Volkswirtschaftlich gibt es immer nur ein Umlageverfahren. Wie funktioniert das jetzt also genau? Unter dem Umlageverfahren versteht man ja normalerweise das staatliche Rentensystem in Deutschland. Bei diesem Verfahren werden die Rentenbeiträge der Beitragszahler über den Rentenversicherungsträger, z.B. die Deutsche Rentenversicherung, direkt an die Menschen als Rente ausgezahlt, die zu diesem Zeitpunkt im Rentenstand sind. Die Beiträge der Versicherten werden also direkt auf die Bezugsempfänger umgelegt, darum der Name Umlageverfahren. Die Beitragszahler erhalten aber natürlich durch ihre Zahlungen auch einen Anspruch auf eine Rente im Alter. Im kapitalgedeckten Verfahren fließen die Beiträge der Versicherten an andere Versicherungen, im Allgemeinen private, gewinnorientierte Unternehmen. Diese Beiträge werden von diesen Versicherungsunternehmen nun am Finanzmarkt investiert. Bei der Rentenversicherung ist die Art der Investitionen gesetzlich auf Papiere beschränkt, die als besonders sicher gelten. Das sind zum großen Teil Staatsanleihen, also Kredite an Staaten. Diese Wertpapiere sammelt der Versicherer also praktisch in seinem Depot und schreibt die eingezahlten Beiträge dem Versicherten auf seinem Rentenkonto gut. Diese Papiere bilden also den Grundstock für den Kapitalaufbau dieser Versicherungsform. Natürlich werfen die gekauften Wertpapiere im Allgemeinen auch Gewinn ab, so also zum Beispiel die Zinsen, die der Staat auf seine Kredite bezahlt. Von diesen Zinsen kauft der Versicherer dann erneut Wertpapiere, um den Zinseszinseffekt auszunutzen und legt sie ebenfalls ins Depot. Diese zusätzlichen Papiere stellen die versprochene Rendite auf die Rentenbeiträge dar. Wie läuft aber jetzt die Auszahlung der Renten an die Menschen, die sich zum gleichen Zeitpunkt bereits im Rentenalter befinden? Bekommen die Rentenbezieher die Wertpapiere auf ihre Depots, ähnlich wie beim Umlageverfahren? Für Staatsschuldenpapiere kann man ja nichts kaufen. Kein Brot beim Bäcker und keine Wurst beim Metzger, kein Kaffee und keine Milch. Man kann davon nicht in den Urlaub fahren und die Miete damit bezahlen. So direkt kann es also nicht gehen. Staatsanleihen haben immer eine gewisse Laufzeit und werden irgendwann fällig. Der Staat muss diese Kredite also zurückzahlen. Wenn der Staat Schulden abbaut, dann sind die größten Quellen für das dafür benötigte Geld natürlich die Steuereinnahmen, also das Geld der Privatpersonen und der Unternehmen. Wenn der Staat aber die Staatsschulden nicht reduziert, was er in den meisten Fällen ja nicht tut, muss er neue Staatsanleihen verkaufen. Diese werden dann von privaten Investoren oder auch von anderen Staaten gekauft. Zu den privaten Investoren gehören zum Beispiel Privatpersonen oder Organisationen, einschließlich der Versicherer, die ja ständig neue Anleihen von den Beiträgen der Versicherten kaufen. Das Geld, das also bei der Umwandlung des Kapitalstocks der Privatversicherer in Renten umgewandelt wird, kommt im Endeffekt in jedem Fall wieder von Privatpersonen und Unternehmen, die dieses Geld in dem Moment flüssig haben müssen. Also dem sogenannten Volkseinkommen. Gegebenenfalls fließen die eingenommenen Beträge zumindest teilweise sogar direkt an die Rentner, falls zum Beispiel nicht genügend Schuldenpapiere fällig sind oder der Versicherer aus anderen Gründen bestimmte Papiere nicht verkaufen will oder kann. Dann wird der entsprechende Anteil, den die Rentner an den Papieren halten, einfach auf die Beitragszahler umgebucht. Dadurch steigt das Rentenkapital der Beitragszahler an und die Rentner bekommen ihre Rente. Ungefähr so, als würde der Rentner direkt ein Wertpapier an einen Beitragszahler verkaufen. Zusätzlich muss der Versicherer natürlich noch seine Angestellten bezahlen und Rendite an die Investoren ausschütten. Auch dieses Geld muss der Versicherungskonzern also in diesem Moment einnehmen oder er muss an seine Rücklagen gehen. Wir sehen aber, in jedem Fall muss das Geld, welches als Rente ausgezahlt wird, entweder durch die Privathaushalte oder die Unternehmen zeitnah erwirtschaftet werden. Es liegt nicht als Barvermögen 40 bis 50 Jahre in irgendeinem Safe. Es gibt sicherlich noch andere, kompliziertere Wege, über die das Geld fließen kann. Aber im Endeffekt ist jegliche Rentenauszahlung immer, gegebenenfalls über mehrere Stationen, auf eine Umlage auf Zahlungen der privaten Haushalte oder Unternehmen im Inland oder Ausland zurückzuführen. Der Sozialaufwand kommt also immer direkt oder indirekt aus dem Volkseinkommen. Es gibt gar keine andere Quelle und hat nie eine andere Quelle gegeben. Lasst euch nicht von komplizierten Ausreden verwirren, die vor Fachjargon nur so strotzen. Die Mackenroth-These gilt. Immer noch.